Willkommen in der Nordenplötzinscheune. Mein Name ist Blockser und Freunde, heute bauen wir von Modbricks den Orni Zopter. Ihr habt es im Intro ja schon ein bisschen erraten können. Das Set 182 69035 238 Steinchen von meinem lieben Freund Patrick aus Luxemburg Design. Ich bin nicht ganz unschuldig an diesem Set, denn Patrick hat mich vor fast zwei Jahren gefragt, Jörn, worauf hättest du mal Lust? Was könnte ich mal designen? Was könnten wir Modbricks schmackhaft machen? Damit da ein Set raus wird, so wie dieses hier, eine kleine Serie und ich habe mir gewünscht einen Orni Zopter. Ich habe früher die Bücher von Frank Herbert verschlungen. Ich habe den alten Film gesehen. Ich habe jetzt neulich im Kino den neuen Film gesehen, den Oscar-Abräumer. Ja, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin da schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Und ich habe die Computerspiele geliebt und die Miniserien. Und ach, es gab ja da ein bisschen was an Dune Franchise, sage ich mal, was man sich über die Jahrzehnte reinpfeifen konnte. Und ich hatte immer so ein gewisses, ja, duktos Bild im Kopf, wie so ein Orni Zopter aussehen muss. So ein Libellenhubschrauber. Eigentlich eine ganz lustige Idee. Vielleicht sogar die älteste Idee, wenn es darum geht, wie ein Mensch fliegen könnte. Denn mit Flügeln und Vögeln und so weiter, das hat ja alles so nicht geklappt und auch nicht mit dem Schlag einer Libelle. Ich glaube, es ist bis heute ja technisch hochkompliziert, wie so ein Insekt so fliegen kann. Und ja, der Patrick hat ein Set designt. Es sieht natürlich jetzt nicht aus wie im aktuellen Kinofilm, denn wir haben dieses Ding vor anderthalb Jahren durchgespielt. Und deswegen freue ich mich jetzt trotzdem heute, euch dieses Set hier vorstellen zu dürfen. Es ist ein Prototyp. Es kommt demnächst bei Modbricks im Handel für, glaube ich, 17 Euro. Und ich bin mal gespannt, wie das hier so rüberkommt. Es ist eine neue Kleinserie. Erkennt ihr schon an diesem, ja, fast VHS Karton mit so einer Banderole. Und da drin sind die Steinchen. Wird also beim Unboxing gleich ganz schnell. Also landet mir mit mir jetzt hier auf dem Bautisch. Dann schauen wir uns dieses Insektenfluggerät einmal genauer an. Ja, Freunde, da haben wir diesen VHS Karton mit den Ornithopter auf meinem Bautisch liegen. Einfach so eine Banderole drum mit den aufgedruckten. Hier haben wir den Schriftzug, den Modbricks Schriftzug, die Nummer, kennt ihr alles. Wir haben hier Transclear Teile, wie ich gesehen habe, wohl auf der Homepage bei Modbricks sind das aber keine Transclear Teile. Hier sehen wir den Ornithopter von oben. Hier sehen wir ihn von der Seite. Und ja, hier sehen wir halt den Anbieter. Aber wir schauen jetzt mal hier, wie wir das so aufmachen. Aha, Uhr. Stößt hier an die Kante. So, also hier, geht an die Seite. Dann haben wir so einen schönen Karton. Finde ich ganz gut. Kann man bestimmt auch recyceln. Ah, ist gar nicht zugeklebt. Wird nur von der Banderole gehalten. Dann haben wir hier eine Tüte, zwei Tüten, drei Tüten. Wir haben ein Anleitungsblatt. Ziemlich vielen Bauschritten, ziemlich klein. Was aber ich euch hier zu sagen kann, ist, dass, und da bin ich auch nicht ganz unschuldig dran, bei diesen ganzen Sets, die jetzt kommt von Modbricks, immer eine PDF-Anleitung dabei ist, damit man zoomen kann, skalieren kann. Denn das kann kein Mensch lesen. Und auch in der Vergangenheit, bei manchen Sets, war es einfach zu viel. Deswegen, jetzt baue ich gleich vom Notebook oder vom iPad mal schauen und kann es mir dann größer zoomen und kann diese Bauschritte dann viel, viel besser lesen. Und das Gute ist sogar, ihr könnt jetzt schon die Anleitungen euch auf der Homepage runterladen, auch wenn dieses Produkt noch in der Ankündigung ist. Diese ganzen neuen Produkte von Modbricks haben einen Link zur kostenlosen Downloadgeschichte der PDF-Anleitungen. Schauen wir uns die Tüten mal hier an. 1, 2, 3. Was wir hier schon sehen, wie ich euch gesagt habe, wir haben kein Trans-Clear-Cockpit-Teil. Wir haben hier so ein, ja, mit Alu bedampftes. Wir haben auch hier diese Seitenelemente, sind auch lackiert. Ich bin mal gespannt. Das sieht man nämlich ganz gut, weil hier so ein bisschen das Ten durchschimmert. Ja, Freunde, 238 Steinchen. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich müssen wir über das Modell hier sprechen, bzw. was ist überhaupt ein Ornithopter? Vor rund 500 Jahren erforschte Leonardo da Vinci die Flugweise der Vögel. Dabei zeichnete er den ersten überliefernden Entwurf eines Ornithopters. Erste erfolgreichte Ornithopter-Modelle demonstrierte der Franzose Gustave Trouvin im Jahre 1870 vor der Französischen Akademie der Wissenschaften. Andere Versuche sind von seinen Landsleuten Alphonse Pennant, Hourion de Villeneuve und Victor Tintin bekannt geworden. Bitte entschuldigt meinen Französisch. Um 1890 baute Lawrence Hargrave verschiedene Ornithopter-Modelle, angetrieben durch Dampf und Pressluft. Dabei kombinierte er kleine Schlagflügel mit einem größeren, starren Flügel. Das gleiche Prinzip verfolgte Otto Lidienthal nach der Verwirklichung des Gleitfluges zur Weiterentwicklung seiner Flugleistungen. Dazu erprobte er leichte Kohlensäuremotoren. Nach dessen Tod führte sein Bruder Gustav Lidienthal die Versuche mit Schwingflügeln fort. Sehr bekannt wurden auch die in den 1940er Jahren gebauten, freifliegenden Vogelmodelle des deutschen Biologen Erich von Holzen. Um einen Ornithopter zum Fliegen zu bringen, ist es notwendig, komplexe Bewegungsabläufe zu realisieren. Das Wirkprinzip ist eine gekoppelte Schlag-, Dreh- und Längsbewegung. Auftrieb und Vortrieb werden beim Ornithopter durch Auf- und Abschlag der Flügel erzeugt. Dabei kommt dem sogenannten Handbereich der Flügel eine besondere Bedeutung zu. Die Handbereiche werden beim Abschlag mit der Vorderkante nach vorn unten gedreht. Beim Aufschlag zeigt die Vorderkante des Handbereiches nach oben. Damit hat der Handbereich der Flügel eine Funktion ähnlich einem Propeller. Das zusätzliche Anlegen der Flügel bringt beim Aufschlag verkürzt den Hebearm und minimiert auch das Schwingen des Rumpfes. Neben der aktiven Flügelbewegung tragen die elastischen Eigenschaften des Flügels zur Wirksamkeit des Vortriebes bei. Hm, da fiel mir ein, dass eigentlich der erste Ornithopter ein Griechen gewesen sein muss. Ikeros hieß er glaube ich. Aber dann kam die Sonne. Naja, lassen wir das. Freunde, wir müssen auf jeden Fall über das Modell hier von Modbricks reden. Deswegen viel Spaß jetzt beim Review. Ja Freunde, eine Stunde später steht er da, unser Ornithopter, unser Libellen-Hubschrauber, der Atreides vom Wüstenplaneten. Es war ein durchwachsenes Bauen, weil ich manche Steine nicht gefunden habe. Ich habe wirklich eine Stunde gebraucht für diese 238 Steinchen. Was ich schade finde an diesem Modell, sind die Änderungen im Vergleich zum Ursprungsdesign. Es waren andere Flügel, auch die Cockpit-Haube war anders. Das gefällt mir jetzt nicht mehr ganz so. Das waren andere Flügelteile. Ihr müsst mal auf den Instagram-Kanal von Patrick gehen, den verlinke ich euch unten. Trotzdem sieht es natürlich cool aus nach Dune, nach einem der Spiele. Vielleicht habt ihr euch in euren Köpfen, in der Fantasie auch einen Ornithopter genauso ausgemalt. Wenn ihr die Bücher gelesen habt, ich habe die da alle verschlungen. Also fast alle. Alle habe ich noch nicht gelesen, aber das Gros, also Kinder des Wüstenplaneten, der Wüstenplanet und wie die alle heißen, der Gottkaiser. Also gibt es auch übrigens bei YouTube als Hörbücher. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal in dieses Universum einsteigen wollt. Denn auch Star Wars hat sich teilweise hier an Junior angelehnt. Was ich halt gut finde, ist, man sieht dieses Technische, man sieht hier oben diese Turntables, man sieht die Gittersteine und so weiter. Das sieht alles halt aus nach Fluggerät, nicht nach wirklich Insekt, also ein Mix aus Insekt und Fluggerät. Aber es ist was Technisches, auch vorne finde ich ganz cool, sogar von unten, wenn ich es mal hier so drehe, seht ihr auch da Turntable. Turntable und auch sogar hier die Schlitze der Wedges sehen halt nach Lüftungslöchern aus, das gefällt mir richtig gut. Was mir nicht gefällt sind diese lackierten Steine. Wir haben halt ganz viele lackierten Steine und das Blöde ist, hier oben sieht man es an den Noppenaufnahmen, wenn diese Steine Kratzer bekommen, dann schimmert die ursprüngliche Steinfarbe durch, also hier Tan. Und deswegen haben wir hier so ein bisschen, ja, E-50 Shades of Ten. Die Steine sind an sich gut, wir haben hier ein bisschen bei den Balljoins an den Füßen jetzt Probleme, sonst sind die Steine eigentlich, ja, gut, nicht super, nicht schlecht, aber gut ist, glaube ich, ein, ja, nett. Also, das kann ich nicht anderes sagen. Seht auch hier, da haben wir wieder Farben, andere Töne von Dark Ten. Ich sage mal, dieses Gerät hier ist Fifty Shades of Dark Ten, was ein bisschen schade auch ist, aber ich glaube, dass es konstruktionsbedingt ist, dass die Flügel hier an diesen 2x4ern hängen und ja, die gehen ziemlich leicht ab. Das ist, glaube ich, konstruktionsbedingt, einfach weil da zu viel Gewicht dann wieder auf diesen paar Noppen hängt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Punkt ist, warum die leicht abgehen. Ja, wie gesagt, eigentlich wären es andere Flügel gewesen. Warum jetzt ist diese geworden sind, das weiß Mordbrichs am besten, das weiß, das war wahrscheinlich, vielleicht gab es keine anderen, ich weiß nicht, oder vielleicht hat es dem im Amtsschluss bei der Abnahme so besser gefallen. Denn nach einem ordentlichen Job, da sieht es auf jeden Fall aus. Hier vorne sieht es ein bisschen böse aus, hier ist auf Hinges gelöst. Da kann man mal reingucken, da kann man es sehen, da sind die Hinges. Und ihr seht, wenn man hier gegenkommt, dann fällt das Ding wieder ab. Also, es ist nicht zum Spielen geeignet, sind eh ja die meisten dieser Dioramen-Sets von Mordbrichs sowieso nicht. Wenn ihr Fan seid, so wie ich von Dune, ist sowas natürlich perfekt, dann baut die es auf, stellt es in eure Samtmeer, wobei es ist schon ziemlich groß, hat eine große Spannweite, messen wir nachher mal aus, stellt es in eure Sammlung und dann habt ihr halt ein ikonisches Science-Fiction-Gefährt, was so keiner hat. Stimmt nicht ganz, ihr könnt dieses Ding gewinnen, diesen Schraubflügel-Schlag-Huber, den verlose ich an euch. Ihr müsst einfach nur das Porto bezahlen und der erste in den Kommentaren, der sagt, wer möchte dieses Set haben, bekommt es. Also einfach Hashtag Blockstar und ich will es haben oder so weiter. Und dann bezahlst du nur den Porto für so einen VHS-Karton und dann schenke ich dir diese Libellen-Technik-Fliegerei-San-Fiction-Gedöns, den Adreides Orni-Sopter, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Was noch ganz wichtig ist, wir stellen mal hier hin, wir haben noch eine Tüte mit Stein über, die kommen natürlich dann mit zu dem Gewinner, da eine ganze Menge, finde ich. Und die Anleitung, ja, habe ich euch gesagt, die ist sehr kleinteilig, sehr vollgepackt. Ihr seht hier so ein Bauschritt, hier oben habe ich schon auf der ersten oberen Drittelhälfte, macht keinen Sinn, aber viertel hier eigentlich, weil wir haben 1234, egal, vergesst es, also es ist sehr voll. Ihr seht es hier, schaut, dass ihr die PDF-Anleitung bekommt auf der Webseite von Modbricks und dann ist alles cool. Ja, Freunde, also es hat Spaß gemacht zu bauen, Teile suchen nicht, Lakete-Teile nicht mein Fall, die Flügel fallen ab, wenn man sie anfasst und hier die Veränderungen zum Original, zur Vorlage gefallen mir auch nicht ganz so gut. Trotzdem natürlich ein ikonisches Teil, ich habe es euch gesagt, ich möchte mich da nicht wiederholen. Wenn man Dune-Fan ist, wenn man wie ich früher die Weste, Westwood, nicht Westeros, die Westwood-Spiele gespielt hat, auf dem Amiga oder sowas, dann ist so ein Orni-Sopter richtig cool, deswegen habe ich auch dieses Intro gewählt. Ja, Freunde, jetzt gibt es noch ein, zwei Detailfotos und dann sehen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, den Link zu Patricks Instagram-Profil sowie den Link zu Modbricks findet ihr unten in der Videobeschreibung. Von mir noch der Hinweis, dass ihr dieses Set euch nur zulegen solltet, wenn ihr Dune-Fan seid, wenn ihr Fan der Computerspielreihe seid oder auf Science-Fiction steht, denn sonst ist dieses Set nix für euch, denn die Steine könnt ihr ja nur in diesem Set verwenden, da sie lackiert wurden, lasst dann die Finger davon. Ja, Freunde, da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt und jetzt machen wir etwas, was es bei mir immer sehr selten gibt, wir messen mal nach, das können andere viel besser und ich finde, es kommt nicht immer auf die Größe an, aber hier interessiert mich trotzdem mal die Spannweite. Schätze, wenn man, gucken wir mal grob hier, wie wir es hinkriegen, das sind ja 35 cm, wenn wir die Flügel so ein bisschen da ausrichten und hier in der Länge sind es 26 cm. Also haben wir das auch geklärt, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin ein bisschen ernüchtert, ich hätte mir mehr davon erwartet, trotzdem finde ich es cool, sodass eine Idee, die ich jemand anderen eingepflanzt habe, dann hier so als Klemmbaustein-Set auf den Bautisch gelandet ist, finde ich richtig gut. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, und das habe ich euch glaube ich gar nicht erwähnt, dass das jetzt hier Kleinserien sind. Das heißt, es wird dir keine Tausenden von diesen Sets geben, zum Beispiel wie bei Modbrax beim Autohaus, die gibt es ja heute noch, weil sie es glaube ich in großen Mengen damals hergestellt haben. Das sind nur Kleinserien wirklich im unteren dreistelligen Bereich, meine ich. Also nagelt mich aber nicht fest, die Informationen habe ich nicht genau, aber es ist halt eine Kleinserie und dann ein Set mit 300 Steinchen für 16 Euro, 17 Euro auf den Tisch zu bringen, finde ich, ist okay. Okay, vielleicht sind dann lackierte Steine das, was man hinnehmen muss, das weiß ich aber nicht. Freunde, wie gesagt, ich verlos das Ding, Hashtag Blockstar einfach unten in die Kommentare schreiben und der Erste, der da schreibt, uns auch da sagt, ich will es und mir natürlich den Porto bezahlt, der bekommt dieses schöne Teil von mir zugesendet. Das kann nämlich leider nicht wirklich fliegen. Und, ach ja, auch ganz wichtig, es ist natürlich kein Minifigurenmaßstab, es ist nur ein Displaymodell, wenn ihr, so wie ich, Cineast seid. Und ich habe jetzt trotz allem Bock bekommen, mal wieder Dune zu gucken, den habe ich mir nämlich gekauft, war ja neulich Premiere und ich finde den Film einfach klasse und wiederhole mich da und während ich das sage, kriege ich Gänsehaut. Ich kann es kaum erwarten, den zweiten Teil zu sehen und vielleicht kann ich Patrick nochmal überreden, das ein oder andere Set auch noch zu bauen. Es gab beim Spiel bei Dune so einen Hakonin-Panzer, das wäre doch mal was. Naja, lassen wir das. Freunde, ich habe genug geschwafelt, danke fürs Schauen, lasst bitte irgendeine Interaktion für den Algorithmus da, darum hoch, darum runter, Kommentar und so weiter, würde mich freuen. In diesem Sinne, guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar. Vielen Dank.